Du... Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-duh-du! Hallöchen und Willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part, von minecraft und ja ja die sind hier wieder bei links adventure und ich sehe hier lauter druckplatten ganz viele so hier ist noch eine druckplatte hier können wir jetzt mal das spümmweben drauf werfen oh gott also hallo ich sehe hier gar nichts einfach nichts ich sehe hier einfach ein bisschen bisschen randen randen ja ich sehe randen cool gleich essen so gar nichts gott nicht sterben ich glaube ich glaube ich werde jetzt sterben weil ich nichts sehe einfach mal gar nichts komm schon komm schon oh gott oh gott oh mein gott ok kleiner schlüssel wir müssen wir glaube ich oben hin tun wenn ich mich recht erinnere ist hier genau da so ein goldblock ok können wir das tun ok diesmal muss ich sagen habe ich irgendwie zu wenig essen und zu wenig fahren zu wenig fackeln auch es geht noch vom essen hier gibt es einigermaßen noch aber jetzt mal vorne fackeln hier ist ein bisschen wenig weil ich habe jetzt wirklich gar nichts gesehen da drin und das wäre jetzt mal was was man ein bisschen verbessern könnte wenn man pc freak heißt so und hier ist mal wieder keine fackeln nur ein bisschen pfeilchen auch wenn ich nicht mal einen bogen habe ja cool bringt mir was naja ist ja auch egal so ok genau hier hier unten perfekt so gut machen wir denn jetzt ich sehe vor allem auch gar nichts ich habe keine ahnung wo ich hinspringen soll weil wir von hier sind ja doch gekommen darf ich mir vielleicht ein bisschen fackeln warte mal ich will jetzt mal einfach mal fackeln entschieden gis nöw seh ähm boah wie geht denn das warte mal minecraft achso muss man immer minecraft drauf davor schreiben alles klar ok ähm blablabla wie heißen das schon wieder bin ich doof äh torch gut ok also hier ist auch gar nichts angel cool woher kriege ich angel meine glaube ich ein bisschen berechtigte frage wo ist die angel i can see any angel warte mal ich will jetzt mal einfach sehen so weil ich sehe hier gar nichts mehr und vielleicht ist ja irgendwo hier unten habe ich ja vielleicht irgendwas übersehen was ja logisch sein könnte also logisch vielleicht das falsche wort was ja irgendwie auch verständlich genau so können wir sagen ok verständlich sein könnte hier ist eine kiste und mehr ist hier nicht nein ok da oben scheint auch nichts großes zu sein aber hier ist noch was da passiert auch nichts wirklich großes ist okay vielleicht muss ich ja alle anhaben oder sowas in der art gibt es hier noch irgendwo eine druckplatte ich verstehe es nicht ganz was ich denn hier tun soll was soll der raum hier ok wir haben hier ein skelett ich bin ich dumm bin ich dumm bin ich dumm ich erstmal einfach mal zwei davon klar und was habe ich jetzt was habe ich jetzt damit gemacht sie ist es verschwendet sowieso irgendwo irgendwann irgendwas also das mit dem kann man die item funktioniert nicht ganz so gut wissen was aber trotzdem nicht ganz so gut wie gesagt so vielleicht muss ich ja irgendwie irgendwie muss ich ja vielleicht da sehe ich nicht hin ok da so ganz schnell sein genau so genau so und den master schlüssel einsetzen cool ok ach so mache das kann man auch so machen alles klar dann zerstöre ich dir erstmal diesen spaß dir da droppt nix ok was ist denn das für ein rätsel ich verstehe es nicht ganz ich bin zu doof dafür so wir lösen es trotzdem einmal kinder so äh ja es wird alle kinder und ich bin voll erwachsen so mhm genau vielleicht muss ich auch irgendwo draußen aber es ist nicht so übrigens im hintergrund hört ihr vielleicht irgendwelche baustellen geräusche ja neben unserem hause ist gerade so eine schöne baustelle und die müssen gerade jetzt im moment unbedingt während ich aufnehme diese scheiß arbeiten machen jup so ist es cool cool das habe ich mir schon immer gewünscht oh Leute wo ist denn das oh Bilderfreak willst du mich mobben ich dachte du wärst mein Freund ok vielleicht ist hier ne Kiste mit irgendwas speziellem drin namens Angel oder oder äh äh bogen zum Beispiel das wäre auch eine Alternative gut naja der Pizzi Freak hat hier auch hab hier hat hier auch ein paar Jump Rines angebaut super so mal wieder super hingekriegt man ok ähm aber großartiges anderes gibt es hier nicht glaub ich jetzt mal oder was ist das hm hab ich gar nicht gesehen was ist denn das das ist einfach irgend so ein seltsamer Blog oder ist das ein ach so das ist eine Leiter glaube ich alles klar dann haben wir auch etwas anderes Neues dazugelern so ja ok hm hm ich will jetzt mal noch wissen was hier baaah ich will wissen wo es weiter geht wissen wer der Babu ist wissen wer der Babu ist immer noch der gleiche Charme Du müssen das, wir haben diese Kiste übersehen, alles klar. Wir sind talentiert. Klar, okay, ähm. Jetzt will ich aber mal wissen, wie es weitergeht. So. Ähm. PC Freak. Ich wollte dich schon immer was fragen. Das ist was ganz Ernstes. Wo geht es hier weiter? Ich verstehe es nicht. Oh Gott. Mann. Ich fühle mich gerade echt gemobbt von ihm. Das ist nicht so nett von ihm. Angel. Da werfe ich jetzt mal einen Schneeball drauf. Wenn das nicht funktionieren wird. Leute. Oh Mann. Wo ist denn die Angel, Mann? Willst du mich verarschen, PC Free? Muss ich hier irgendwie... Warte mal. Ey. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber fast. Nein. Fuck. Nein. Oh Mann. Willst du denn das? Was ist hier los? Oh Mann. Oh Mann. Okay. Ich verstehe es nicht ganz. Muss ich jetzt eigentlich... Darf ich diesen Bogen... wegnehmen? Wegnehmen? Boah Leute. Ich habe doch keine Ahnung, wie das geht. Entweder bin ich einfach blind. Oder ich bin einfach blöd. Oder irgendwie ist... ist dem PC-Flick entgangen, dass ich eine Angel brauche. Hm. Wir haben drei Alternativen. Wählen Sie eine davon aus. Für die erste Alternative... Drücken Sie die 1. Für die zweite Alternative... Drücken Sie die 2. Blubber. Für die dritte Alternative... Drücken Sie die 4. Warum auch immer die 4. Aber drücken Sie sie. Okay. Ich gehe jetzt. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Nein. Tschüss. Aber echt Leute, Mann. Wir sind jetzt... Boah. den ganzen Part hier rumgelungert. Haben irgendwas gemacht. Was... Total keinen Sinn ergibt. Und ich habe immer noch... Warte mal. Keine Ahnung. Wenn da drin nichts ist, was wir brauchen... Habe ich immer noch... Keine Ahnung. Genau. Was ich tun soll. Was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Oh, Mensch. Das ist doch total bescheuert. Äh, nee, nicht... Nicht noch einen Apfel. Doch, noch einen Apfel. Ich habe jetzt einfach mal Bock drauf. So. Ich habe Bock drauf. Ich habe... Ich habe Bock drauf. Auf einen neuen Apfel. Auf einen anderen Apfel. Apfel, 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 Apfel. Der Apfel-Song-Song. Hey. Sing-Song-Song-Song. Sing-Song-Song. Hey. Hey, hey, hey. Sing-Song-Song-Song. Sing-Song-Song. 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 Der Apfel-Apfel-Song. Hey. Hey. so um ja und das ist der abwälsung kreiert von mir selbst von zeraus zeraus persönlich genau so heißt das leute ich verstehe es nicht was ich tun soll wisst ihr was ich nehme jetzt auch mal diesen Punkt danke und schau mal was hier ist was ist hier da 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 halbbarkeit soll ich drauflegen oh god nein oh mein god ich durfte nicht da draufstehen ich hätte die nicht da draufstehen dürfen egal egal ja genau egal jetzt haben wir eine angel ich schätze mal es war wirklich wichtig dass ich diesen Bogen hätten hätten nehmen nehmen sollen nehmen sollen nehmen sollen genau so egal total egal okay zum abschluss bevor ich diesen part wieder beende würde ich gerne eine ähm eine licht ziehen nein wir wir singen jetzt einfach mal diese minutief von link die 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 Was ist denn das jetzt? Ich kann quitschen. Ich würde sagen, we will see us another time by LP Your Adventure Map. Und then we will see us later und so weiter. Genau. Genau, wir sind zweitigsten Mal und bis dann. Tschüss, Lies, Lies und Warte mal. Ich will jetzt mal schauen, kann ich da rauf gehen? Nö, oder? Oder doch? Oder nein? Oder doch? Oder nein? Oder doch? Oder nein? Okay. Dann würde ich sagen, wir sind zweitigsten Mal und bis dann. Tschüss, Lies, Lies und bis dann. Tschüss und tschüss und tschüss und lass. Boom. Outro Untertitelung des ZDF, 2020